So weiter geht es vorne bei The Walking Dead. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? Scheiße, was denn da los? Wow, was denn da los? Shit. Oh ne. Die kam aber schnell rein. Puttin' your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Oh, fuck it. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't giving second chances. It was a mix-up. We'll make it worth your while. I'm listening. Oh, man. What will it take to reach a deal? About twice as much as you've been giving us. You got it. Done. Is that so? Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hands. And shut up. Oh, shit. Oh, shit. Schieß doch weiter. So, und der andere? Nur einen Rücken geschossen. Verdammt. Oh, da kommen noch mehr Leute. Ho, 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 ho. Oh mein Gott. Shit, ich hab' gesagt, das ist nicht sicher da. Shit, ich hab' gesagt, das ist nicht sicher da. Ich hab' direkt gesagt, das ist nicht sicher da. Oh, shit. Oh, shit. Geh over here, hurry! Man, you saved our asses. Get inside! Wer war jetzt der Diebe? Wer war der Diebe? Oh nein, Clementine. Hilfe! Gotcha! Hang on! Shit, 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 shit. Oh. Der wird schon mal. Die wohnen natürlich jetzt schön. Nice. Wo war der andere? Da hinten. Komm, zeig dein Gesicht. Da rechts war auch noch einer. Ah, ja. Shit, komm rein da, schnell. Woah. Alter. Shit. Shit. Das war knapp. Was soll das denn? Wo sind die, wo sind sie? Oh mein Gott, jetzt nach rechts. Ich hab' den noch getroffen. Mann. So, linke Seite. Kommt der Nächste. Was mit Lilly? Ah, was ist denn denn? Komm jetzt, Lilly. Wo kommt sie nicht? Ja, da. Kommt sie doch. Haben wir alles mitgenommen? Was ging? Keine Ahnung. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wir müssen herausfinden, warum das passiert. Das stimmt ja, ja. Das stimmt ja. Ich bin gut. Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Das stimmt nicht. Ich bin gut. Jesus I didn't look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it ich glaube schon dass er das war verdammt hängt der zombie noch unter dem auto ja der hängt noch unter dem auto kann sich aber nicht bewegen kenne the rv has some surface damage but there's a walker trapped underneath god damn it everyone keep your eyes peeled you know what we shouldn't just kick you out we should hear what everybody think you should chill out please look it wasn't me please stop accusing me i'm really sorry you're upset ben just tell us you did it i think he probably did it lee come on okay that's the two of us kenny i don't know fuck just stop would you well your vote counts for you and kacha we don't need all these votes what do i have to do for you to trust me i'll do anything i'll i'll do watches for months huh the hell you will i'll get more food more medicine anything he's broken lily i can see that do we need any more evidence than this evidence or not this isn't any way to treat one of us i've heard enough out of you okay doug sehr schwer leute kenny what's it gonna be just give me a damn minute ben you have until kenny kills that walker to tell me it was you no ben this is about trust and i've never trusted you tell her just do it tell her what she'll kick me out of the group we won't we'll understand tell me now oh god let's just get back in the army that's not happening i can handle this there i got him now what the fuck's the problem no wow wer wurde erschossen die haben duck erschossen die haben duck erschossen kenny was ist passiert weg von den windows jesus christ geh in wir werden diese verrückte oh mr i didn't mean to he wasn't supposed to be him what are we gonna do with her you're not coming with us i'll die out here i don't care you're a murderer lily we can't have you with us i'm a murderer you've had lee with you this whole time what are you talking about he didn't tell you he killed someone before all of this he was a convicted murderer is that truly yes fucking hell were you ever gonna get around to telling me that you got a little girl with you to hell with it get in lee let's go you guys jetzt können wir die doch nicht mit mir i don't have anything left hey der soll nicht mit fahren ich wollte nicht ich hätte sie doch nicht zurücklassen sollen der typ hätte da bleiben sollen auf jeden fall der 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 Kaccha braucht dich für etwas. Wurde er gebissen? Da kannst du nichts machen. Der muss weg hier, der Junge. Ah, verdammte. Duck is bitten. Huh? You got bit by a walker trying to escape the motel. I... don't feel good. What about Doug? There's nothing to say. It's horrible. I'm sorry if I... No. You don't apologize. You had nothing to do with it, sweet pea. Ah, man, man, man. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your head. Oh, das ist freundlich. That's nice. I didn't though. Thanks. Der träumt, glaub ich. Der träumt, der träumt doch. Der träumt doch. Der träumt doch, Leute. Oh Gott, was ist denn hier los? Warum kann ich die Taste nicht drücken? Fuck, ey. Mann. Wusste ich doch, dass ich... Nur um träumen war. Ah. Damn it. Roadblocked. Now we gotta deal with this. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare. Also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde. Ja, bitte. Ja, bitte. Tschüss. Bye. 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 Bye.